Neu bei Pete & Pete, Nickelodeon präsentiert Pitstain, den Hochleistungsrabauken mit Sonderausstattung. Schwenkbare Sichtsensoren streifen nach neuen Opfern seines Songs. Karottenkopf. Sowie Opfern seiner Zuneigung. Nona F. Mecklenburg. Er besitzt Schlagbohrknöchel mit patentiertem Schnellspanggriff. Geld her oder Geld her. Lutz eingebauter Ganzkörper-Klimaanlage. Lacht bloß nicht über mein Drüsenproblem. Pitstain, mehr als nein, Rabauke. Jetzt in den neuen Folgen von Pete & Pete, gleich. Made in Westworld bei Nickelodeon.